Dieses zu erwerbende vollständig renovierte Mehrfamilienhaus liegt in Maintal. 1996 wurde dieses Vieretagenhaus erbaut. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 0 Quadratmetern weist das Objekt eine vermietbare Fläche von ca. 40 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 72.900 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017